Hallo liebe Gastronomen, ich Gabriele Nollte liebe Kuchen und deshalb arbeite ich seit vielen Jahren bei Erlenbacher Backwaren. Um euren Gästen auch in den letzten Wochen mit tollem Essen, Lebensfreude und Genuss zu bieten, haben viele von euch auf Liefer- und Abholservice umgestellt, ob Walk-in, Drive-in oder Bike-in. Mehr als 20 Prozent der Gäste haben zum ersten Mal darauf zurückgegriffen. Innerhalb von wenigen Wochen ist das Mitnahmegeschäft zu einem wichtigen Umsatzbaustein geworden. Daher lohnt es sich auch weiterhin darauf zu setzen, um fehlende Kapazitäten und geringe Gästezahlen auszugleichen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass auch Kuchen hier seinen Platz hat. Eure Gäste lieben süße Verführungen, deshalb solltet ihr ein attraktives Kuchensortiment zum Mitnehmen anbieten, um Zusatzumsatz zu generieren. Wichtig für ein erfolgreiches Mitnahmegeschäft ist die passende Verpackung und die kreativen Ideen der Vermarktung. Die Fantasie der Gäste möchte beflügelt werden. Stellt attraktive Kuchenpakete zusammen mit kreativen Namen, wie süße Sünde, freche Früchtchen, um bei euren Gästen die Lust auf Kuchen zu wecken. Wir möchten euch bei der Mieteröffnung oder Neustart unterstützen. Daher haben wir mit vielen Handelspartnern und Fachgroßhändlern Top-Seller-Aktionen vereinbart. Möchtest du testen? Gerne schicken wir dir ein kostenloses Testpaket zu. Sprecht uns an. Wir sind für euch da.